Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem Survival Games Video und ja, also zu Anfang an, das was ihr jetzt vor dem Intro gesehen habt, Intro, das war Ender Games, das ich gefühlte zwei 200 Mal und echte 20 Mal versucht habe aufzunehmen. Es ist einfach, ich habe so eine Pechsträhne gehabt, immer wurde ich sofort am Anfang mit einem von einem Dierschwert, von einem Jäger oder von sonst was geboxt und gleich totgeschlagen und da habe ich jetzt einfach gesagt, kein Bock oder du wirst 30 Mal aus der Lobby gehauen, weil da weiß nicht wie viele YouTuber immer joinen und dann die ganzen nachjoinen und ohne Premium macht das keinen Sinn. Deswegen habe ich gedacht, spiele ich eine Runde Survival Games, das vorhin auch nicht ging. Es war die Map Isla del Rosa, glaube ich. Ne, das war eine andere Map. Und dann fliege ich vom Server, weil ich einen Disconnect habe. Leute, ich habe heute so dermaßen Pech und ich möchte euch das Video schnell hochladen. Und Leute, jetzt kommt mir nicht mit, dass die Musik gefakt wurde von umgespielt und GLP und so. Leute, das ist eine Musik, die einfach passte dazu. Und da die jetzt so quasi im Trend ist, dachte ich, mache ich die auch einfach mal. Ich denke nicht, dass das jetzt irgendwas Schlimmes ist, wenn ich die auch nehme. Ich kenne ja den Simon auch und ich glaube, dass er dann nichts dagegen hat, dass ich die nehme. Es nehmen ja auch ganz, ganz viele andere Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas wollt, dann mache ich das gerne öfters, so dem traurigen Touch der Wahrheit so einen kleinen Unterstrich zu verpassen. Und ja, finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn man dann stirbt und so. Das passt dann eigentlich schon ganz gut. So, in 18 Sekunden geht es los. Ich habe die Map, glaube ich, glaube ich zumindest, noch nie gespielt. Ich habe in letzter Zeit selten Survival Games gespielt. Und jetzt geht es auch gleich los. Ich werde jetzt dann gleich mal hier die Kisten looten und dann irgendwie gucken, dass ich eine Route finde, die auch irgendwie gut ist. Schon mal den Anfang verschissen, so wie ich das eigentlich immer. Oh, eine ganze Truhe für mich allein. Geil. Nein, ja. Der wurde da vorne jetzt gleich geboxt. Bitte nicht. Ich möchte noch nicht sterben. Bitte nicht. Ich bin doch noch so jung. Ich möchte noch nicht sterben. Okay, hier wäre dann ein Verzauberungstisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute, wo hier die Kisten sind. Wo sind denn hier die Kisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Hallo? Ist hier drin eine Kiste? Äh. Ne. Leute, ich weiß, ich werde jetzt deswegen wahrscheinlich verkacken. Aber, Leute, es ist doch nicht so schlimm, oder? Ist doch nicht so. Ich habe irgendwie gerade komische Lags. Ich weiß aber nicht ganz genau, warum. Bei der Krake von... Oder soll ich lieber aufs Schiff gehen? Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts, Bruder. Ich tue dir nichts. Ähm. So. Da oben... Ich habe so ein Gefühl, dass da oben... Irgendwo ein Schwert ist. Aber hier oben ist nichts. Das bedeutet, ich bin am Arsch. Oder hier oben. Hier oben sollte auch irgendwas sein, finde ich. Ja, das finde ich. Das sollte eingeführt werden. Das hier oben. Oh, das... Leute... Leute, bei dem... Bei dem... Thema eingeführt, muss ich jetzt auch noch ganz kurz was sagen. Ähm. Boah. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weil... Das ist echt extremst eklig und eure Gedanken... Ihr werdet gleich ein Kopfkino haben. Wenn ihr das nicht schon gesehen habt, das ist nämlich extremst eklig. Und zwar, da hat so ein Mann... Das ist schon uralt, aber ich habe es erst... Also, ich habe es schon mal gelesen, aber ich habe es erst gestern dann gesehen. Nein. Nein. Fuck you. Fuck you, motherfucker. Echt, Leute, man. Wieso? 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 Ich sterbe andauernd und irgendwie... Leute... Ist das nicht mehr lustig. Gucken wir mal jetzt einfach so live und umgeschnitten, was wir so tun können. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt auf den Fun Build Server und stelle euch diesen... Es ist gerade keiner online toll. Ähm. Oh, ich habe einen Reward bekommen. Das wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Ich möchte euch da jetzt ganz kurz einen Server vorstellen. Und zwar... Ich finde das einen ziemlich coolen Server. Und zwar, das ist der Fun Build MC Server. Ähm. Das ist der von Labersack. Ähm. Und ich finde den Server richtig cool. Aber das Problem ist, es fehlen die Mitspieler. Also, wenn ihr Lust habt, vielleicht mich, ähm, mal dort zu treffen oder Pixel Battle oder Labersack, bla bla bla, dann könnt ihr gerne mal auf den Server kommen. Ähm. Es sind auch öfters mal Events. Und ihr könnt da eben halt in die PvP Arena, Kenia, 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 ähm, oder zu den Grundstücken oder in den Nether oder in die Farm-Welt. Da gehen wir jetzt mal hin. Und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so ein cooles, spannendes PvP-Video, aber, ähm, es muss ja irgendwas sein. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock noch 20 Mal irgendwas da hier zu machen. Oh, Schmutzkind. Hey, bist in der Aufnahme. Äh, ich kann nicht mal schreiben. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ich bekomme auf dem Ding noch YouTuber. Ich war da eigentlich auch YouTuber, aber der Server wurde eben neu gemacht. Der ist richtig cool. Und, ähm, wenn ihr eben mal Lust habt, irgendwie hier oben irgendjemanden von uns anzutreffen, ähm, vielleicht zusammenspielen und, ähm, irgendwas zu machen einfach, ähm, dann verspreche ich euch, ihr werdet hier sicher nicht, ähm, ähm, gelangweilt. Und, äh, ich, äh, was, gelangweilt? Hä? Äh, akzept. So. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, ist es so, ähm, euch wird es hier sicherlich nicht langweilig werden und, so, ja, euch wird es hier sicherlich nicht langweilig werden. Ich wiederhole mich irgendwie. Entschuldigung, ich, ähm, mein Plattenspieler hat ganz kurz gehangen. Ja, also euch wird hier sicherlich nicht langweilig werden und ich werde mich mal mit den Leuten, mit Pixel Battle und so weiter einfach mal informieren. Vielleicht haben wir alle Lust so auf ein neues Projekt, vielleicht ein ganz neues Modpack. Ähm, wir überlegen uns dann auch einen neuen Namen, weil ich hätte wirklich Bock auf so was Standfestes, wo ich sage, ja, okay, ähm, da habe ich dann was, was ich eigentlich dann immer hochladen kann. Das wäre ziemlich cool. Aber, ähm, ja, oh Gott, ich wollte mit dem Labersack eigentlich Endergames aufnehmen. Geht ja nicht, wenn ich da die ganze Welt sterbe. Und, ja, Leute, das soll eigentlich nur so ein kleines Infovideo sein. Das Servername steht auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich bin fast tot. Ähm. So, jetzt wird es mir jetzt zu leiden. Oh, super. Okay, ich bin tot, meine Sachen habe ich verloren. Aber das ist egal, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, auf den Server zu kommen, Link steht, erster Link in der Beschreibung, ganz, ganz groß. Ähm. Ganz, ganz groß. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann kommt da drauf, dann treffen wir uns mal. Können von mir auch aus auf den TS gehen. Ähm, da gibt es nämlich auch einen TS. Und, ja, also wir sehen uns dann auf diesem Server hier, Leute. Dann kommt noch ein Real Life Room Tour. Genau das mache ich zu meinem 300.000 Abonnenten-Special. Ja, klar, 300.000 Menschen. Klar, ich meine zu meinem 300.000 Abonnenten-Special. Ja, 300.000 werden ein bisschen zu viele. Ähm, ja, mache ich hier so einen kleinen Room Tour in meinem Zimmer. Ähm, was nicht gerade sehr groß ist. Und sollt die Heizung unterdrehen. Hier ist es ziemlich heiß. Und ich sitze hier in so einem Pullover. Und es ist eigentlich Winter. Und, ja, wie ihr seht, der Server füllt sich ein bisschen. Und, ähm, wie gesagt, kommt drauf und habt Spaß. Also bis dahin, macht's gut und haut da rein. Ciao. Wuh-schuh. Wuh-schuh.